Hallo zusammen, ich bin Markus Fröhle, Moderator bei 1LIVE unter anderem und ich mache jetzt mal ein Showreel für euch. Und es ist ja so, bei so Showreels, da muss man ja zeigen, was man so drauf hat. Und wenn ich so überlege, was kann ich gut, was habe ich drauf, dann fällt mir als erstes ein, ganz klar, Arm drücken. Ja, und was kann ich noch gut, was ich wirklich, wirklich gut kann, essen. Ja, und dann brauche ich noch eine dritte große Stärke und man kann einfach sagen, ich bin sehr hart am Nehmen, seht ihr hier. Grillenträger sind Weicheier. Vielleicht, ich hatte vielleicht letzte Woche eine Männerkrippe. Okay, Leute, also ihr habt gemerkt, es geht jetzt ein bisschen in die falsche Richtung, was wir gerade besprochen haben. Deswegen jetzt mal ernsthaft, ganz kurz, was ich gut kann, was ich schon sehr lange mache, und zwar seitdem ich 18 Jahre alt bin, im Radio moderieren. Aktuell mache ich das bei 1LIVE. Fußball oder Musik? Boah, wenn ich mich entscheiden muss, Musik. Vervollständige dein Tweet vom 14. Februar 2016. Essbarer Halsschmuck eines Panda-Rappers. Oh Gott, nein, Crow Captain. Ja, und das mache ich auch schon ein paar Ährchen, moderieren auf der Bühne. Das sieht dann so aus. Mein Name ist Markus Fröhle. Es wird jetzt langsam ernst, es wird spannend. Wir kommen nämlich jetzt zur Top 3. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Jahrestagung. Macht's gut. Was ich noch sagen wollte, Radio und Events, das möchte ich auf jeden Fall in Zukunft weitermachen. Was ich aber auch total gerne machen möchte, ein bisschen mehr mich vor der Kamera ausprobieren. Und da kann ich mir echt vieles vorstellen. Reportagen, Informationen, Musik, Popkultur. Aber so ein kleiner Lebenstraum, das wäre so eine eigene kleine Quizshow oder eine Gameshow. Aber mal gucken, was noch kommt. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Ideen und Bock. Und sage einfach mal, Cheers.